Ja, hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Gerade eben habe ich ein Video über die Wahrheit gemacht. Das ist aber nur die halbe Geschichte. Ich muss jetzt natürlich auch ein Video über Lügen machen. Und ich bringe sie heute mit, die fünf größten Lügen aus der Schule. Fangen wir an. Lüge Nummer eins. Ich habe keinen Lieblingsschüler. Tausendmal gesagt, ist natürlich gelogen, klar. Ja, wir Lehrer sind auch nur Menschen. Und natürlich unterscheiden wir auch zwischen netter Schüler, nicht so netter Schüler. Und der geht mir auf den Keks. Haben wir alle. Wir sind Menschen. Das ist halt so. Lüge Nummer zwei. Und ich gestehe es, sowohl in Physik als auch in Mathe benutze ich es immer wieder. Das wirst du später im Leben brauchen. Ganz sicher. Nummer drei. Ihr braucht gar nicht spicken. Ich habe Augen im Hinterkopf. Ja, ist klar. Lüge Nummer vier. Der Test ist wichtig für die Endnote. Ihr solltet unbedingt noch lernen. Und die fünfte Lüge. Ich brauche mir das nicht aufschreiben. Ich merke mir das. Okay, das waren meine fünf kleinen Lügen aus dem Schuleintag. Okay, das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de Okay, das war's. Musik 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 Musik